Der Main-Donau-Kanal ist eine rund 171 Kilometer lange Bundeswasserstraße in Bayern, die den Main bei Bamberg mit der Donau bei Kelheim verbindet. Erbaut wurde der Kanal zwischen 1960 und 1992. Mit ihm entstand eine durchgehende und Europakanal genannte Großschifffahrtsstraße zwischen der Nordsee bei Rotterdam und dem Schwarzen Meer bei Konstanta, die über Rhein, Main und Donau verläuft. Deshalb wird der Kanal auch als Rhein-Main-Donau-Kanal bezeichnet. Regional wird er zur Unterscheidung von seinem Vorgänger Ludwig-Donau-Main-Kanal oft einfach neuer Kanal genannt. Die 17 Kilometer lange Scheitelhaltung, die das Mittelgebirge Fränkische Alb als die europäische Hauptwasserscheide Rhein-Donau überquert, ist mit 406 Meter ü. NN der höchste Punkt des europäischen Wasserstraßennetzes. Als Gütertransportweg verliert der RMD-Kanal stetig an Bedeutung, dagegen ist der zunehmend Anziehungspunkt für Touristen und Flusskreuzfahrten. Die Kanalrinne ist zusammen mit dem Fränkischen Seenland auch Teil der Donau-Main-Überleitung. Die das von zeitweiliger Trockenheit bedrohte System der Regnitz und des Mains mit Wasser aus Donau und Altmühl versorgt. Verlauf Der Kilometer 0 des Main-Donau-Kanals befindet sich an der Mündung der Regnitz in den Main-Beibischberg im Landkreis Bamberg. Zunächst verläuft der Kanal im Flussbett der Regnitz. Parallel zum Kanal durchquert der linke, westlich gelegene Arm der Regnitz ebenfalls das Zentrum Bambergs. Bei Kilometer 6,43 trennt sich der Kanal vorübergehend vom natürlichen Flusslauf. Zwischen Neuses an der Regnitz und Hausen bei Forchheim teilt sich der Kanal dann ein letztes Mal sein Bett mit der Regnitz. Der Main-Donau-Kanal passiert er langen und führt. Bevor er in einer stehlernen Trogbrücke die Regnitz überquert und das südwestliche Stadtgebiet Nürnbergs erreicht. Im Stadtteil Eibach biegt er nach Süden ab, um vorübergehend parallel zum westlich gelegenen Regnitz-Tal zu verlaufen. Bei Rot macht die künstliche Wasserstraße einen Bogen in südöstliche Richtung. Die europäische Hauptwasserscheide Rheindonau wird bei Kilometer 102 und auf 406 Meter Ü. NN-Wasserspiegelhöhe überwunden. Ein Denkmal weist dort auf den Verlauf der Wasserscheide hin. Die danach folgende Schleuse Bachhausen in der Gemeinde Mühlhausen führt den Main-Donau-Kanal wieder abwärts in den Flusslauf der Sulz nach Süden. Nördlich von Ballengries macht der Kanal eine Kurve nach Osten. Bei Dietfurt an der Altmühl trifft er auf die Altmühl. Deren Bett wurde erweitert und zehn alte Staustufen durch zwei neue ersetzt. Die staugeregelte Altmühl bildet die letzten 34,18 Kilometer des Kanals. Dieser mündet nach 170,78 Kilometer bei Kelheim in die Donau. Der durch Schleusen überwundene Höhenunterschied von der Scheitelhaltung bisher beträgt 67,8 Meter. In der Scheitelhaltung gilt die vom Main kommende Fahrt als Bergfahrt. H. bis zur Schleuse Bachhausen. Die aus Richtung Donau kommende Bergfahrt endet an der Schleuse Bachhausen. Geschichte Fossa Carolina Der Bau einer Verbindung für kleine Boote zwischen Main und Donau wurde gängigen Theorien zufolge schon im Jahr 793 mit der Fossa Carolina versucht. Reste der von Karl dem Großen veranlassten Grabungen zwischen einem linken Nebenbach der Altmühl und der schwäbischen Ritzat sind in der Nähe des heutigen Ortesgraben nördlich von Treuchtlingen noch erhalten. Das Projekt wurde vermutlich vollendet, darauf weisen Ausgrabungen von 2013 hin, welche zeigen, dass der Kanal nördlich der sichtbaren Fossa Carolina weitergeht. Der Kanal bestand aus mehreren kurzen Abschnitten auf unterschiedlichem Niveau. Die kleinen Boote sind vermutlich über kurze Rampen von einem Abschnitt zum nächsten gezogen worden. Auch eine Regulierung des Wasserstandes war vorgesehen durch einen Teich unterhalb des Nagelberges. Ludwig-Donau meint Kanal erst nach dem Dreißigjährigen Krieg und vor allem mit dem Beginn der industriellen Revolution in Deutschland gab es wieder konkrete Planungen zur Überwindung der Wasserscheide. Durch die Napoleonischen Kriege traten die entsprechenden Projekte jedoch vorerst in den Hintergrund. Bereits im Jahre seiner Thronbesteigung 1825 hatte König Ludwig I. von Bayern den königlichen Baurat Heinrich Freiherr von Pechmann damit beauftragt, Pläne für einen neuerlichen Versuch einer solchen Schiffsverbindung zu entwerfen. Nach zehnjährigen Bauarbeiten wurde 1846 der Ludwig-Donau-Main-Kanal eröffnet, eine 172,4 Kilometer lange Wasserstraße zwischen Kellheim und Bamberg. Das Transportaufkommen am Ludwigskanal erreichte schon um 1880 einen ersten Tiefpunkt. Gründe dafür waren vor allem die geringe Breite des Kanals und der fortschreitende Ausbau des Eisenbahnnetzes. Der den Betrieb der Wasserstraße immer unrentabler machte. Für die Beförderung von Holz und Steinen wurde der Ludwig-Donau-Main-Kanal weiterhin genutzt. Die wenigen Beschädigungen des Zweiten Weltkriegs wurden schnell beseitigt. 1950 wurde der Kanal aber gänzlich aufgelassen. Ab den 1960er Jahren wurden ganze Abschnitte abgetragen und überbaut. So verläuft die Bundesautobahn 73 zwischen Nürnberg und Forchheim weitgehend auf der Trasse des Alten Kanals. Die Strecke des heutigen Main-Donau-Kanals entspricht grob der seines historischen Vorläufers. Bei Bamberg und im Altmühltal sind die Streckenführungen von Altem und Neuem Kanal identisch. Ein etwa 65 Kilometer langer Abschnitt zwischen Ballengries und Nürnberg ist heute noch mit Wasser gefüllt und weitgehend im Originalzustand erhalten. Planung des Europa-Kanals Rhein-Main-Donau Der technische Fortschritt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlangte nach einem gesteigerten Transportvolumen. Gleichzeitig wurde es zu dieser Zeit möglich, größere und wirtschaftlichere Schiffe zu bauen, die eine Konkurrenz zur Eisenbahn darstellen konnten. Diese Entwicklungen führten zu einem Konzept für ein mitteleuropäisches Wasserstraßennetz für Großschiffe. Neben der West-Ost-Verbindung sahen die Planer bereits eine Nord-Süd-Verbindung vor. Am 6. November 1892 wurde in Nürnberg von 29 Städten und Gemeinden, 13 Handelskammern und anderen wirtschaftlichen Kooperationen der Verein für Hebung der Fluss- und Kanalschifffahrt in Bayern gegründet. Heute Deutscher Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e.V. Hauptziel war es, sich für eine leistungsfähige Großschifffahrtsstraße zwischen Rhein-Main und Donau einzusetzen. In den 1890er Jahren stellte der Verein bei der Regierung des Königreichs Bayern mehrere Anträge. Einen Entwurf über eine neue Donau-Main-Wasserstraße ausarbeiten zu lassen, die jedoch von der Kammer der Abgeordneten abgelehnt wurden. Der Verein erstellte ab 1899 ein eigenes Konzept. Das 1903 als Denkschrift zu dem technischen Entwurf einer neuen Donau-Main-Wasserstraße von Kellheim nach Aschaffenburg veröffentlicht wurde. Das anspruchsvolle Projekt sah neben dem Ausbau des Mains für Schiffe bis 1000 Tonnen Tragfähigkeit den Bau einer modernen Wasserstraße zwischen Main und Donau für Schiffe bis 600 Tonnen vor. Für den projektierten Donau-Main-Kanals wurde das umgebaute Bett des Ludwig-Donau-Main-Kanals vorgeschlagen. Von Nürnberg aus war auch eine Abkürzung zum Main nach Westen im Gespräch. Ohne diese Variante hätte das Projekt den Bau von 19 Schleusen und drei Schiffshebewerken erfordert. Anstatt der kompletten Benutzung des Ludwig-Donau-Main-Kanals gab es auch eine westlichere Variante von der Donau bis Nürnberg. Punkt. Diese wäre bei Treuchtlingen mit der historischen Fossa Carolina zusammengefallen. 1917 lag der Kammer der Abgeordneten dann ein Gesetzesantrag zur Sicherung der Ausarbeitung eines Entwurfs für die Herstellung einer Großschifffahrtsstraße zwischen Aschaffenburg und Passau vor. Diesmal sollte der Kanal bereits die seinerzeit üblichen Rheinsche für der 1200 Tonnen Klasse fassen können. Nachdem der Main ab Bamberg und die Donau ab Kelheim bis zur Reichsgrenze am 1. April 1921 Reichswasserstraße geworden waren, schlossen am 13. Juni 1921 das Deutsche Reich und der Freistaat Bayern einen Staatsvertrag um den Plan der Main-Donau-Wasserstraße Baldis zu verwirklichen. Als ausführendes Organ wurde am 30. Dezember 1921 die Rhein-Main-Donau AG mit Sitz in München gegründet. Der Plan der Großschifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau umfasste den Ausbau des Mains ab Aschaffenburg bis Bamberg sowie der Donau von Ulm bis zur österreichischen Grenze und eine Kanalverbindung zwischen beiden Flüssen. Die RMDRG erhielt für die Finanzierung des Projekts die Konzession, die Wasserkraftwerke an Main, Donau, Lech, Altmühl und Ricknitz zu nutzen. Mindorflinie die Ausbauarbeiten an Main und Donau konnten in den folgenden Jahren begonnen werden. Konkrete Planungen für den Kanal zwischen den beiden Flüssen entstanden erst mit der Unterzeichnung des Rhein-Main-Donau-Gesetzes vom 11. Mai 1938. Nach dem Anschluss Österreichs übernahm das Deutsche Reich den Weiterbau der Wasserstraße. Mit der Durchführungsverordnung vom 26. Juli desselben Jahres wurden die Vorverträge aufgehoben. Die nunmehr gewählte Streckenführung des Kanals entlang der sogenannten Mindorflinie zeigte ebenfalls Parallelen zum heutigen Main-Donau-Kanal. 1939 begannen bei Teilmessing im Landkreis Roth erste Vorarbeiten. Der Kanalverlauf wurde vermessen und mit roten Pfählen markiert. Die Landwirte mussten in den betroffenen Abschnitten ihre Wälder auf 40 Meter Breite abholzen. In Hillpolstein errichtete die Deutsche Reichsbahn einen dreigleisigen Materialbahnhof mit Ladekran und Anschluss für eine Feldbahn zu einem Materiallager östlich der Schweizer Mühle und zu den Baustellen bei Püras und Mindorf. Für eine neue Landstraße zwischen den beiden Orten, die den Kanal überqueren sollte, wurden Brückenwiderlager betoniert und der Mimmingbach in einen Durchlass verlegt. Reste des Brückenrohbaus erinnern noch heute an dieses Vorhaben. In der Nähe entstanden Vorarbeiten zu einer Versuchsfläche für eine stark abgesenkte Kanaltrasse im Jura. Diese sollten Erfahrungen für die Abdichtung des Kanals bringen. Heute befinden sich an der Stelle zwei Fischweier. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die meisten Bauarbeiter zur Wehrmacht eingezogen. An ihrer Stelle wurden polnische Kriegsgefangene eingesetzt. 1942 wurden sämtliche Arbeiten an der Mindorf-Linie eingestellt. Da Gefangene und Zwangsarbeiter nunmehr in der Nürnberger Industrie eingesetzt wurden. Neuplanung Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland trat die Rhein-Main-Donau AG im September 1949 wieder in ihre vorherigen Rechte ein, um den Ausbau der Wasserstraße fortzuführen. Parallel zum Flussausbau wurde in den 1950er Jahren die Planung des Main-Donau-Kanals wieder aufgenommen. Im April 1955 fanden auf dem Main-Kanal bei Volkach Versuche zur Ermittlung eines optimalen Regelquerschnitts statt. 1957 legte die Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt die später verwendeten Maße fest. Die Konzeption der Sparschleusen des Main-Donau-Kanals wurde ab 1958 von der Technischen Universität Karlsruhe entwickelt. Der Ausbau des Mains galt mit der Eröffnung des Staatshafens Bamberg am 25. September 1962 als abgeschlossen. Baubeginn des Main-Donau-Kanals mit dem Bau des Main-Donau-Kanals wurde im Juni 1960 begonnen. Im Duisburger Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern wurden 1966 Finanzierung und Ausführung neu geregelt. An der RMDRG waren der Bund zu zwei Dritteln und der Freistaat Bayern zu einem Drittel beteiligt. 1967 war die Strecke vom Main bis nach Forchheim fertiggestellt. 1970 folgte die Eröffnung des Hafens Erlangen. Unter Anwesenheit des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel wurde am 23. September 1972 mit dem Landeshafen Nürnberg die sogenannte Nordstrecke eingeweiht. Schon vor Beginn der Bauarbeiten entstand eine Diskussion über den künftigen völkerrechtlichen Status der Wasserstraße. Während des Kalten Krieges befürchteten Kritiker eine Internationalisierung des Kanals und eine Konkurrenz durch rote Flotten der sozialistischen Anrainerstaaten der Donau. Im Auftrag des Deutschen Wasserstraßen- und Schiffsvereins und des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie erstellte der Rechtswissenschaftler und Völkerrechtler Günther Jenicke eine 1973 veröffentlichte Studie. Diese kam zu dem Schluss, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht verpflichtet sei, den Kanal zu internationalisieren oder anderen Staaten Verkehrsrechte einzuräumen. Später wurden viele dieser Befürchtungen durch den Fall des Eisernen Vorhauses und die Entwicklung der Europäischen Union relativiert. Katzwanger Dammbruch 1979 an der damaligen Neubaustrecke Nürnberg-Roth kam es am 26. März 1979 zu einem folgenschweren Dammbruch oberhalb des Nürnberger Ortsteils Katzwang. Bereits gegen 13,00 Uhr waren am westlichen Dammfuß kleineren Saale sichtbar. Von besorgten Anwohnern herbeigerufene Fachleute sahen darin keine Gefahr. Etwa um 15,50 Uhr brach der Kanaldamm auf einer Länge von 10 bis 15 Metern ein. Dabei stürzten etwa 350.000 Kubikmeter Wasser aus der teilweise gefluteten und noch nicht für die Schifffahrt freigegebenen Kanalhaltung Eibach durch. Den Ortskern Katzwang und dann weiter in das etwa 25 Meter tiefer als der Kanal liegende Rednitzdal. Die Wucht des Wassers war so groß, dass es bis zu 10 Meter große Krater ausspülte sowie Autos, Menschen und Gebäude mit Riss. Mehrere Menschen mussten von Hubschraubern mit Rettungswinden von ihren Hausdächern gerettet werden. Neben dem noch bis ca. 19,00 Uhr Auslauf enden Kanalwasser behinderten zahlreiche Schaulustige die Bergungsarbeiten. Diese waren schon kurz nach dem Bekanntwerden des Dammbruchs herbeigeilt. Selbst Warnungen, dass ein nahegelegener Querdamm brechen könne, vermochten die Menschen nicht davon abzuhalten, sich bis in die unmittelbare Nähe der Bruchstelle zu begeben. Während einer Rettungsaktion im Ort ertrank ein zwölfjähriges Mädchen. Daneben zählen fünf verletzte Personen, 14 zerstörte und 250 beschädigte Häuser sowie ein Sachschaden von umgerechnet ca. 12 Millionen Euro zur Bilanz der Katastrophe. Nach dem Unglück wurde Kritik am Krisenmanagement der Stadt Nürnberg und dem Erbauer des Kanals laut. Bei dem Unglück zeigte sich, dass die Behörden auf den Dammbruch nicht vorbereitet waren. Erst um 18,00 Uhr wurde Katastrophenalarm ausgelöst, so dass viele Hilfskräfte, darunter Soldaten der Bundeswehr und der im Umland stationierten US-Streitkräfte, zu spät von der Katastrophe erfuhren. Noch am Abend trafen der Nürnberger Bürgermeister Willi Pritz und der bayerische Innenminister Gerold Tandler am Unglücksort ein. Das Verfahren wegen verlässiger Herbeiführung einer Überschwemmung wurde 1981 von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Eine Sachverständigenkommission machte die Verkettung von 14 Einzelfaktoren für das Unglück verantwortlich. Die Experten betrachteten hydraulisch bedingte Vorgänge im Boden, vor allem im Kreuzungsbereich mit der Fernwasserleitung nach Fürth als Ursache. Durch in den Rohrschacht eingedrungenes Grundwasser waren Hohlräume unter den mit Asphalt abgedichteten Fugen des Betonbodens entstanden. Die Fugen seien infolgedessen gebrochen, woraufhin das Kanalbett weiter unterspült wurde und schließlich einbrach. In den Jahren nach der Katastrophe wurde die gesamte Kanaltrasse auf Schwachstellen untersucht und an kritischen Stellen für umgerechnet etwa 40 Millionen Euro nachgerüstet. Ebenso bewirkte die Analyse der Ursache eine veränderte Trassenführung von Dammstrecken, die jetzt so tiefliegend wie möglich geplant wurden. Fertigstellung des Main-Donau-Kanals in den 1970er und 1980er Jahren war der Main-Donau-Kanal in zunehmendem Maße politisch umstritten. Neben Zweifeln an der Sicherheit und völkerrechtlichen Fragen war der Kanalbau nunmehr vor allem ein umweltpolitisches Streitthema. Vor allem der Ausbau eines 34 Kilometer langen Abschnitts der Altmühl und dessen negative Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt waren Thema kontroverser Diskussionen. Insgesamt verlor das Projekt zunehmend an Akzeptanz. Hinzu kamen Kürzungen der Baumittel sowie ein Kurswechsel des damaligen Bundesministers für Verkehr Volker Hauf. Um die jeweiligen Lager zu stützen, wurden unterschiedliche Gütertransportmengen prognostiziert. Aus denen Nutzen-Kosten-Relationen hergeleitet wurden. Im Auftrag des Bundesverkehrsministers wurde 1981 eine Nutzen-Kostenrechnung von der Planco-Consulting GmbH durchgeführt. Verkehrsminister Hauf bezeichnete das Projekt daraufhin als ziemlich das dümmste Projekt seit dem Turmbau zu Babel. In Folge eines Kabinettsbeschlusses vom 27. Januar 1982 verhandelte Bundesminister Hauf mit der Bayerischen Landesregierung über eine qualifizierte Beendigung des Projekts. Die Internationale Auktionsgemeinschaft gegen den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals. Ein Zusammenschluss aller bundesdeutschen und österreichischen Naturschutzverbände und der Eisenbahner Gewerkschaften Deutschlands. Sammelte im selben Jahr 700.000 Unterschriften gegen den Weiterbau des Main-Donau-Kanals. Eine von den Befürwortern in Auftrag gegebene Argumentationsstudie des SIFO-Instituts München veranschlagte dagegen ein Verkehrsvolumen von 5,5 Millionen Tonnen. Der Freistaat Bayern bestand bei den folgenden Verhandlungen auf einer Erfüllung der bestehenden Verträge. Nach dem überraschenden Bundesregierungswechsel legten im November 1982 Bund und Land in einem gemeinsamen Protokoll fest. Die Main-Donau-Wasserstraße sollte zügig fertiggestellt werden, um ihren Nutzen baldmöglichst zu verwirklichen. Außerdem sollte die Überleitung von Donau- und Altmühlwasser in das Regnitz-Main-Gebiet unverzüglich ermöglicht werden. Bereits am 14. Januar 1982 hatte der Kabarettist Dieter Hildebrandt eine Folge seiner Fernsehsendung Scheibenwischer dem Main-Donau-Kanal gewidmet und für einen Medienskandal gesorgt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Gerhard Polt und Gisela Schneeberger persiflierte Hildebrandt den Alfons-Gorpel-Prestige-Tümpel, der die heimische Fauna ausmerze, dafür aber Kanalratten neuen Lebensraum- und Tierpräparatoren sichere Arbeitsplätze bringe. Die seit über einem halben Jahrhundert geplante Wasserstraße durchschneide wohl ein lästiges Erholungsgebiet. Aber schließlich könnten ja auch nur völlig intakte Landschaften diesen Kanal überstehen. Die bayerische Staatsregierung protestierte daraufhin beim Sender Freies Berlin wegen angeblicher Unterstellungen und eines bayernfeindlichen Programms. Nach 32-jähriger Bauzeit wurde das letzte Teilstück des Kanals am 25. September 1992 durch den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl feierlich eröffnet. Die Deutsche Bundespost brachte zu diesem Anlass eine Sonderbriefmarke heraus. Die Marke zeigt die den Kanal über spannende Holzbrücke bei Essing. Von 1960 bis 1992 wurden umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro in den Bau der Wasserstraße investiert. Knapp 20 Prozent davon flossen, vor allem auf der Südstrecke, in Umweltschutzprojekte. Die jährlichen Betriebskosten in Höhe von 15 Millionen Euro werden zu 20 Prozent durch Einnahmen aus Gebühren gedeckt. Der Rest wird vom Bundesverkehrsministerium getragen. Die Rhein-Main-Donau AG wurde am 1. Januar 1995 für 800 Millionen D-Mark von der Bayernwerk AG, den Lech-Elektrizitätswerken und der Energieversorgung Schwaben übernommen. Durch die Fusion der Bayernwerk AG mit Preußen Elektra im Jahr 2000 gehört die RMDAG heute mit 77,49 Prozent zum E.ON-Konzern. Die Lechwerke gehören zu knapp 90 Prozent zum RWE-Konzern. Die Energieversorgung Schwaben fusionierte 1997 mit Badenwerk zum INBW-Konzern. Der im Verlauf der Wasserstraße Rhein-Main-Donau geplante Ausbau der Donau zwischen Straubing und Wilshofen ist weiterhin umstritten. Befürworter führen an, dass die Kostenstruktur der Binnenschifffahrt immer größere Schiffseinheiten und damit größere Schleusenabmessungen, Abladetiefen sowie eine sichere Mindestwassertiefe erfordere. Die Gegner argumentieren mit den Nachteilen für die Umwelt und damit, dass die Binnenschifffahrt insgesamt rückläufig sei. Ausbau und Abmessungen Regelquerschnitt des Kanals Der Regelquerschnitt des Main-Donau-Kanals ist trapezförmig mit 31 Meter Sohlenbreite und 55 Meter Wasserspiegelbreite. In der Mitte beträgt die Wassertiefe 4,25 Meter am äußeren Rand der Sohle 4,00 Meter. Der Kanal hat in der Regel eine Böschungsneigung von 1 zu 3 und eine Damneigung von 1 zu 2. An den wenigen Abschnitten mit Rechteckprofil, zum Beispiel in Nürnberg, beträgt die Sohlenbreite 41,45 Meter und die Wasserspiegelbreite 43,10 Meter. Das Ufer hat hier eine Neigung von 5 zu 1. Die Tiefe beträgt wiederum 4,25 Meter bzw. 4,00 Meter. Der Main-Donau-Kanal hat die Wasserstraßenklasse VB. Er ist für Großmotorgüterschiffe mit einer Länge von maximal 110 Meter, einer Breite von 11,40 Meter und einer Abladetiefe von 2,7 Meter freigegeben. Das größte zugelassene Fahrzeug ist ein Schubverband mit 185 Meter Länge und 11,45 Meter Breite. Schiffe bis 135 Meter Länge und 11,40 Meter Breite dürfen mit einer Sondergenehmigung den Kanal befahren. Die maximale Durchfahrtshöhe darf 6,0 Meter nicht überschreiten. Schleusen Der Höhenunterschied vom Main zur Scheitelhaltung der sogenannten Nordstrecke 175,1 Meter wird durch elf Schleusen überwunden. Von der Scheitelhaltung bis zur Donau beträgt der Höhenunterschied 67,8 Meter. Dieser wird von den fünf Schleusen der Südstrecke bewältigt. Das bedeutet, dass die Donau an den Verbindungsstellen effektiv 107,3 Metern über dem Niveau des Mains verläuft. Die 16 Schleusen zwischen Bamberg und Kellheim müssen insgesamt 242,9 Meter Höhenunterschied bewältigen. Die Schleusen des Main-Donau-Kanals haben Feilhöhen von 5,29 bis 24,67 Meter sowie einheitlich eine Nutzlänge von 190 Meter und eine Kammerbreite von 12 Meter. Bei den Schleusen der 13 Kanalstufen handelt es sich um sogenannte Sparschleusen, die den Wasserverlust deutlich verringern. Die anderen Schleusen werden mit Wasser der Regnitz bzw. der Altmüll betrieben. Die Schleusen der drei Staustufen mit 24,67 Meter Fallhöhe haben die größten Fallhöhen aller in Deutschland errichteten Schleusen. Um zu vermeiden, dass diese hohen Kanalschleusen zu einem Engpass werden, musste ein System entwickelt werden. Um sie trotz ihrer Fallhöhe von knapp 25 Metern in annähernd gleicher Zeit zu füllen und zu entleeren wie die wesentlich niedrigeren Flussschleusen von Main und Donau. Das verwendete Grundlaufsystem erreicht Hebe- und Senkgeschwindigkeiten von bis zu 1,7 Metern, was etwa dem 5- bis 6-fachen der Flussschleusen entspricht. Alle Schleusen werden aus vier Fernsteuerungszentralen fernbedient. Die Zentralen sind mit je zwei bzw. einem Beschäftigten besetzt. Dazu wurden die Schleusen von 2001 bis 2007 modernisiert und die Steuerpulte mit Relais-Technik durch Computer und eine speicherprogrammierbare Steuerung ersetzt. Die Kosten beliefen sich auf rund 1,3 Millionen Euro pro Schleuse. Der Neubau der Schleusen Erlangen und Kriegenbrunn ist für die Jahre 2017 bis 2021 geplant. Die Schleusen Erlangen und Kriegenbrunn ist für die intrauter Zeitpunkt.